hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu captain of industries in der letzten folge wurde die mine hier immer immer leerer und wir sind jetzt stück für stück dabei den ganzen rest abzutragen oder falsche taste ups um das ganze gebiet hier nun doch endgültig als abgeschlossen zu sehen und die mine zu schließen und ich muss jetzt die woche 12 videos aufnehmen oder sowas weil ich nächste woche auf urlaub bin auf tenerifa unterwegs und werde da mal ein bisschen ruhe geben müssen ausspannen ich freue mich schon mega drauf weil natürlich das vorbereiten wieder wird ein bisschen stressig so unser kohle vollkommen scheint noch zu halten das ist gut zu sehen ich war gerade bei irgendeiner überlegung und ich weiß nicht mehr wo ich war was habe ich gerade im kopf ich weiß es nicht ich hatte irgendwas im kopf ich wollte hier gucken sand haben wir das ist da wir müssen jetzt anfangen mit der säure zu arbeiten die säure geht uns langsam über den kopf säure säure kann ich weg kippen aber da kriege ich wahrscheinlich holy shit auf dem deckel für kupfer könnte ich das benutzen für mischglas ist es in die verwendung setzen wenn es spannende sache die mikrochip produktion braucht und gold braucht auch also habe ich gar nicht so viel use cases in dem fall aber mit mischglas vielleicht können wir uns freunde machen in dem fall wenn ich nur überlegen wie zu höll ich sage gut ich könnte versuchen nicht hier einen stangen lang zu machen das müsste eh bei dem hier sein das ist die kupferproduktion also wenn dann muss das hier anschließen machen wir doch mal hier ein flüssigkeitslager stufe 2 hin genau wieder auf die linie ausgelegt dann wollen wir einschlagschnell das alles fertig hier dann nehmen wir rohrleitung und sitzen die hier drüben hin zack schnell liefern setzen dich auf nein säure säure und immer so gut wie voll halten ihr nutzt eh beides dann schalten wir euch mal auf pause dann sollte hoffentlich gleich der erste hier die säure abfahren anfangen oder wenn ich sage bitte versuchen zu reduzieren das kriegt hier eine höhere prio da holt die erste säure ab problem ist wir haben hier so viel tonnen an säure mittlerweile angelagert dass ich nicht weiß wie viel wir hier verbrauchen können auf einen schlag was wir machen können um mal die produktion wieder anzutreiben ist es lagerhüttel wieviel produzieren brauchen wir denn hier 6 12 24 pro minute produzieren tun wir echt jetzt wollte ich schon vier kilometer weit laufen produzieren tun wir mehr wesentlich mehr okay nicht wesentlich mehr aber wir können wesentlich mehr produzieren die säure bleibt die säure bleibt die säure ach schon die säure ist schon drin und da kommen LKWs die bedeuten business jawohl dann sollten wir jetzt aktuell noch wasser dann sollte als nächstes mal die säure reinkommen oder ich sehe da schon die erste säure weiter laufen schauen wir dass wir so schnell wie wirklich die säure reinbringen als nächstes sollte dann auf säure laufen als nächstes laufen wir dann auf säure basis und das ist super da kriegen wir auch mehr raus also es ist einfach profitabler für uns ich glaube beim mischglas war es ja auch so hier ohja der production value ist um einiges höher gibt dir das wenn ich noch säure hinzunehme die ich dann da einspeisen müsste dass ich hinkriegen könnte wieder die säure wieder die säure ja das ist jetzt alles ein bisschen cranky und bla 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 aber ja Hauptsache wir kriegen Kabel rein die säure soll jetzt nach oben kommen füllwert wieder auf jetzt setzen wir mal die 6 dann sollten sie sich hoffentlich mit der zeit die lager leeren wo will er hin nein nein an lieferung aus und aus ihr liefert nur zu den tanks also ich kann höchstens verbessern ne da haben wir uns letztes mal gleich angeschaut gehabt jetzt weiß ich bloß grad nicht mehr was der unterschied war beim mischglas da gab es keinen großen unterschied in dem fall so jetzt haben wir die säure schon ein bisschen ausgeschäffelt aber so viel hat es noch gar nicht gebraucht das hat keine gebiete zur verfügung gut wenn ihr das schon mal gemacht habt würde ich sagen zwei schichten mal abgraben und schauen wie der stand auf der höhe ist ihr habt jetzt einen ordnen erdverkipport vor der nase die erste erde ist auch schon da wie schaut es denn hinten aus die kollegen haben ja noch genug zu tun glaube ich ja oh die sind hier auch fächer was ernsthaft wir haben es bis nach vorne geschafft wahnsinn das glaubt man ja kaum aber hier sieht man auch da haben wir relativ schön ohne erde wieder da sieht man wo die erde wo erde mix drin war der rest war dann wieder frei von erde mix also das ist schon eine ganz ganz feine sache in dem fall ja die kollegen verfahren das jetzt wieder viel weiter als ego wenn die produktion hier auch langsam vorankommt vom kippverhältnis her ja die kupferproduktion geht jetzt voran wie voll ist das alter das verlagert aber auch schon wieder voll also wahnsinn jetzt hat das ist gleich das einzige mal dass wir wirklich kupfer verbrauchen anfang jetzt das wahnsinn wie geht es unserer mine hier unten ja die ich hab mir auch letztens mal gesagt ich sollte nach einer neuen kupfermine umschauen aber wenn ihr euch anschaut wie viel wir hier ausgegraben haben und wie viel wir noch außenrum haben gleich brauchen wir uns erstens nicht wirklich viel sorgen machen ähm spannend wird es ab diesem punkt hier weil hier müssen wir dann anfangen zu stützen wie blöd und hier haben wir gleich bestimmt nur 1 2 sachen die wir ausgraben können aber wir können ja mal gucken wo wir sonst kupfer hätten kupfer haben wir um die ecke hier vorne können wir graben und hier können wir graben also kupfer gleich müssen uns echt keine sorgen machen in der nächsten zeit wie es ausschaut also kupfer ist ich finde das eisen immer noch brutal weißt du was mir aufgefallen ist wir schicken unser schiff gar nicht mehr los ich glaube wir hatten sogar noch eine mission für das ding offen ich vergesse noch das schiff haben wir nicht noch in irgendeinem irgendwo bei einer ölbohrinsel was offen gehabt Frachtausliefern da scheinen wir hatten noch was offen Standort gefunden location to far die könnten wir von unbekannte ort das wären noch sachen die man vielleicht mal besuchen könnte fordern sie unser schiff an das sind sachen die man eventuell mal machen sollte bei der stadt muss man dann auch überlegen wo wir fortfahren in zukunft also müller schauen wir ganz gut aus da schauen wir auch eigentlich sehr gut aus Schiff sagt aktuell keine Befehle was heißt denn hier passiert was heißt denn hier passiert du besuchst aber bitte das den Standort da das bringt jetzt Öl Lager voll wir haben auch nicht irgendwie so eine info finde ich schon wieder sehr spannend jetzt scheinen wir auch anscheinend mal mit öl voll zu sein im ganzen lassen weißt du was wir sagen jetzt einfach auch hier mal Priorität auf das hier aber wir scheinen aktuell kein Treibstoffproblem wirklich zu haben wir verbessern jetzt dich mal hier wo willst denn du schon wieder hin also das mit dem großen Tanker geht mir so ein bisschen auf den Senkel den musst du echt zuweisen irgendwie weil ansonsten ist der nervig der kann also ihr meint es ja echt nett aber er kann echt nervig sein soll ich überlegen wie ich das hier wieder neu verkabel oder was nee weißt was ich finde dich aktuell echt unnötig du machst mir mehr Sorgen und stehst mir herum wie irgendwas anderes was mich aktuell interessiert wie schaut es hier aus der kriegt das Wasser nicht los äh what the fuck ist euch kurz echt verwirrt lustig das Zwischenlager ist wieder voll hä sollte das wieder produzieren anfangen oder? das sind so Kleinigkeiten auf die man immer mal wieder achten muss Möbel werden geliefert oder? das ist immer noch da in meiner Erkältung aktuell im Land aber wir sind immer noch gut da dran das ist also noch nicht so schlimm das Schiff ist zurück bedeutet wir geben ihm jetzt mal den Auftrag es soll uns doch bitte mal das hier wir haben ja irgendwie noch nicht so viele Dörfer also da darf ich nur handeln wollte das ich muss mit ihnen handeln um meinen Ruf zu verbessern oder ist das das sind doch Verträge ich muss ihnen immer das da liefern und krieg dafür Öl oder? was ich so absolut nicht check das ist wieder das interessanteres Dorf Struktur gefunden Struktur gefunden ok was willst du? ja der Tank ist leer wir sind jetzt aktuell bei 50% vom Rauch ihr seht schon wieder aus das ist der Wahnsinn teilweise mit euch ihr seht schon wieder aus das ist der Wahnsinn teilweise mit euch das ist das wir machen jetzt wie folgt dann haben sie wieder ein Ziel und zwar verkippen sie mir erst erstmal die Erde hin aber gleich sollte das dann eh hoffentlich Problem gelöst dann sobald die Straße fertig ist aber dann machen wir da noch einen Notfall Zweitweg oder sowas hin ist ja wurscht ja die geringe Versorgung ist jetzt aktuell in Kauf zu nehmen der Wald da oben schaut wieder super aus die Kollegen da oben radieren den Wald aus und unsere Holzlage hier schauen auch ganz gut aus so da haben wir jetzt natürlich tonnenweise an Ressourcen die wir verarbeiten können aber wir wollen ja bis den bis zum Boden der Anlage kommen das ist halt immer wieder die Herausforderung Standort erkundet so jetzt bin ich gespannt eine Siedlung entdeckt diese neue Siedlung handelt mit uns finde ich schön auch medizinische Produkte benötigt mindestens Ruf 2 ja jetzt beginnt das wieder mit dem Ruf ok aber die haben medizinische Produkte fürs erste gleich gar nicht schlecht für mich du bist fleißig am Arbeiten erscheint auf jeden Fall wo kommt der Dampf wieder her hier hinten aus der Anlage ich muss dann schauen was ich mit dem Schwefel noch anfangen kann Schwefel Ob wir da auch noch ein paar schöne schicke Sachen machen können aber im Schwefel kann man relativ viel machen am Ende immer in Säure zum Beispiel wandeln hee ei 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 oder hier Dünger 2 wäre eine ganz spannende Sache immer Tofu Schwefel und Wasser genau aber Leute ich würde sagen das war es auch wieder für diese Folge ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ich bin jetzt gerade verhört es ist 1 Uhr nachts oder so verzeiht es mir und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder also bis dann ciao